Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Contract Wars. Diesmal wieder mit der standardmäßigen RPK dabei. Falls ihr euch wundert was gerade mit der Grafik eigentlich abgeht, gar nichts, denn das war so ziemlich das allererste Gameplay was ich aufgenommen habe. Und dort wusste man nicht wie doll so eine Aufnahme was wegnimmt. Deswegen habe ich automatisch auf Low, ne ok nicht auf Low, ich glaube das war sogar Medium gestellt. In anderen Videos sieht das natürlich viel viel besser aus. Aber ich komme jetzt erst mit diesem Video, weil, naja, ich wollte ja eben nicht gleich die schlechteste Grafik vorweg nehmen. Die Musik ist natürlich auch wieder mit dabei. Und dieses Mal werde ich sogar nicht erster. Wie schon gesagt, das war das allererste Mal, dass ich das Spiel mit Aufnahmen gespielt habe. Und das waren ein paar FPS weniger, aber auch nicht allzu viel. Und das ist halt ungefähr eine Einsatz-HD oder ein Stückchen besser glaube ich sogar noch, 1,04. Mit 25 Kills, was, naja, eigentlich eher so der schlechte Bereich ist. Ganz am Anfang waren nicht allzu viele da, deswegen, ja, haben manche Tars nicht gezählt. Aber, ja, ihr könnt es euch ja selbst angucken und deswegen noch viel Spaß mit dem Video. Auslands. Absatz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020